So Leute, heute soll es hier mal wieder um eine weitere Aufgabe gehen. Das Ganze nennt sich hier Füge Handlangen, Schaden zu, während du verkleidet bist. Was damit ganz genau gemeint ist, werde ich euch jetzt mal gleich zeigen. Davor könnt ihr gerne ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen, falls ihr neu da seid. Würde mich sehr, sehr freuen und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Um die Aufgabe am besten zu lösen, kommt am besten hier ganz genau hierher. Das markiere ich euch eh gleich auf der Karte so einmal verkleiden. Das müssen wir hier natürlich tun, ansonsten zählt die Aufgabe nicht. Und jetzt müssen wir ganz entspannt uns mal schnelle Waffe holen und einen davon eliminieren. Dann haben wir die Aufgabe eh schon ganz, ganz easy erledigt. So, ihr könnt natürlich auch eure Spitzsacke verwenden, aber das würde dann auffliegen. Okay, vielleicht können wir an dem vorbei ganz entspannt. Bruder, ich bin ein Freund. Ich tue nichts, bitte tu mir nichts. Dankeschön. Erstmal schön scannen hier. Ganz einfach, jetzt haben wir hier, ja, das sind nicht schlechte Waffen, aber die kleinen hätte ich ganz gerne. Habt ihr den Bug auch, dass ihr manchmal hier nichts, also hier was nicht aufheben könnt? Ich glaube, man muss einfach nur die Kiste weg machen. Dann müsste das Ganze wieder gehen. Ja, genau. Okay, kurz die kleinen geben. Oh, hier ist sogar eine XP-Münze. Könnt ihr direkt noch was hier einsammeln. So, wie viel kriegt man dafür? Äh, okay. Ich sehe meinen XP-Status gerade nicht. So, und jetzt einfach hier in die Nähe gehen und dann habt ihr die Aufgabe ganz, ganz easy erledigt. Finish den am besten noch. Und jetzt kommen eh die Kollegen, komm, die holen wir jetzt noch alles schnell. Und falls ihr euch auch für Livestreams oder sowas ähnliches interessiert, dann klickt mal oben rechts auf das i, denn ich bin täglich auf meinem 2-Kanal live. So, wo ist der letzte? Ich glaube, einer müsste noch da sein. Hier um die Ecke, ist der mit der Heavy-Sniper oder nicht? Na, müsste der sein. Na, komm, gib mir den Heavy-Sniper. Ja, genau, das war der. Okay, der Ort befindet sich ganz, ganz genau hier auf der Karte. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video. Okay, das war's.